Oh! Na hallo! So, herzlich willkommen zurück zu MyTestEtherWheel. Ahem, so, da ist der Client und dann geht's direkt weiter. Tja, Thomas und Celine, und wie kommen die doch nicht? Ja, die sind irgendwie beim Tanzen, ne? Ha, eben, Celine und ihre Mutter sind irgendwie beim Tanzunterricht und er macht den Chauffeur. Ich hab ein Dungeon gefunden, wo Loot drin ist, ich bin begeistert. Ja, ne? Also eine richtige Dungeon-Jagd machen? Weil eben, da ist ja jetzt immer Loot drin. Und zwar glaube ich... Wow! Ein Goldbarren, bisschen äh... Das ist sehr schön! Bisschen Lüsten-Sand und ein bisschen Weizen und ein bisschen... Ja, noch eine zweite Kiste. Na, immer hinten. Stahlbarren und, äh, ja cool, kann ich mir eine Schaufel machen. Weil ich hab eh noch eine. Hast du kein Eis mitgenommen, oder? Hm? Hast du kein Eis mitgenommen, oder wie? Nö! Oha! Ne, ich hab ja noch alles an Werkstatt durchgehabt. Ich wollte ja eigentlich nur losgehen und mal gucken, ob ich ein bisschen Lehm finde. Aber, ähm... Ich glaub, das kann man inzwischen abhaken mit dem Lehm, das wird nichts mehr. Ich hab auch so kaum Höhlen gefunden, hier so unterwegs so zwischenzeitlich mal. Und ich finde den Ausgang nicht mehr. Ich glaub, das mit dem Lehm, das kann man so ein bisschen abhaken, das, äh, wird wahrscheinlich nichts mehr. Hm, stimmt schon, irgendwie. Ich nehm mir einfach mal ein bisschen normales Leben mit, äh, dass die Reise zumindest nicht ganz... Na eben, dann können wir mal gucken, ob's irgendwie geht, dann mit, äh, äh, hier mit einfärben, wie das funktioniert. Ja, nicht nur wie, sondern auch ob. Das ist auch noch die andere Frage, aber es müsste ja eigentlich... Ja, schau mal grad hier durch, äh, Gott, wie hieß, wie hieß nochmal Leben auf Englisch? Ah... Clay? Ah, genau, genau, Clay, Clay. Nee, für andersfarbiges Leben gibt's gar keine Rezepte, weder um daraus was zu machen, noch um es aus irgendetwas zu machen. Loll. Hm. Ist ja auch nicht die feine englische Art. Ja, da möchte ich auch auf jeden Fall mal gucken, bei uns da, äh, bei unserem Haus, wo wir das auch schon abgebaut hatten, kann ich da mal mit dem Wochen noch ein bisschen rumgraben, weil da wäre so eine richtige, äh, ja eben, so eine, so eine mehrfarbleben Schicht. Bisschen rumbrütteln, vielleicht treffe ich da auch noch ein bisschen mehr. Ist ja wahrscheinlich, so aus der aktuellen Sicht, ja, die vielversprechendste Variante. Ja. Also, Wasser finde ich auch immer wieder Leben, aber eben immer nur das einfache Leben. Nicht das... Nee, nur die normalen. Genau. Ja, ich nehme da immer ein bisschen was für mich. No. Und wenn man da nicht die, wenn man da nicht die roten Steine draus macht, ist das sogar relativ, äh, relativ ergiebig. Ja. Ja. Ja, die roten Steine, die kosten gar schon viel Rohstoff in den Stimme, allerdings. Vor allem, das Problem ist ja nicht mal, dass das so viele Rohstoffe kostet, sondern, dass das Rohmaterial, die die... Bitte was? Da fuhr ein Muffer aus den 60er Jahren vorbei. Das war nicht original! das war meine Festplatte, der geht voll gut. Och, da habe ich kein Problem mit. Ich glaube, wenn meine Festplatte so klingt, dann ist es jetzt, dann ist es jetzt hier Backup für spät. Das war das Backup! Achso! was wollte ich gerade sagen ich werde sie ach genau das schlimme ist halt nicht nur dass man da halt so relativ viel verbraucht wieder für das backen der steine sondern es wird halt einem auch extrem schnell das inventar zu ja weil du sehr viel einzelne leben klumpen aus einem note raus bekommst du denkst du so dass wir mal ein bisschen bauen so fünf minuten kein problem kurs ist einfach mal voll fünf minuten und zwar leben vorkommen das ist voll aber es auch super material also da gibt es richtig was für und man findet es halt überall anders als ein gewisses anderes material was man anscheinend nicht finden kann ich bin wieder zu hause aber komplett den weg gemerkt weiß man musste mich noch nicht mal die wolken orientieren auch wenn es oben gibt gibt es oben ja ich versuchte es ja beim let's play immer so ein bisschen als challenge zu machen deswegen habe ich auch um die diese die information habe ich dauerhaft ausgeblendet damit ich halt wirklich so ja ich sag jetzt mal original spiele frei nach motto wenn du dich verlaufen hast du verkackt ja so können wir mal in die höhle rein ob ich da noch ein bisschen was an bunten buntes gedünst finde gut und ich komplett verlaufen hast dann hast du ja wirklich verkörpert dann ist vorbei im let's play ja dann gibt es wie sagt als 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 letzte möglichkeit gibt es ja eben den gibt es immer noch der hau befehl beziehungsweise wenn auch der irgendwie nicht ganz so keusche ist dann die für noch den spawn befehl ich habe jetzt oben gemacht ich laufe den weg nicht komplett zurück so dann mache ich mir eine spitzhacke also vor dem roten ist jedoch eine ganze menge sehe ich gerade da hinten da in dem vorkommen ja der rote da war noch ein bisschen was oder der der braune nicht und da stimmt sogar der hund zu ich glaube bei der nächsten aufnahme pause macht das fest dazu ist ja also hier ist ein bisschen orange gebrannter ton somit bedeuten soll ich meine orange schreibt man im englischen anders das kann es also nicht sein dann gibt es grauer gebrannter ton und was er da wo ich gerade stehen oder ist ein kleines vorkommen gewesen nicht viel aber immerhin ach so da vielleicht ist da noch mehr hinter ne ist nicht schade inventar ist eh voll ich glaube ich kippe mal ein bisschen was ins lager tja also vom roten ist jetzt zwar am meisten aber hier sind doch hier ist auch dieses gelbe und das weiße also tatsächlich schön geschmeckt vielleicht kann man das rote auch irgendwie für fürs dach benutzen ich weiß aber nicht ob man daraus auf die treppen oder verbrauchen können glaube nämlich nicht aber ich kann auch noch mal ganz kurz gucken ne wofür kann man das denn überhaupt verwenden diesen gebrannten ton man kann das aber in der säge von von moorblocks verwursten ah ok 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 Tja, Leute, da scheinen wir unter unserer Fläche echt ein riesiges Vorkommen davon zu haben. Und das hört ja gar nicht auf. Von einem Lehm oder was? Ja, ja. Ja, beispielsweise hier dieser, ja, gebrannte Ton heißt es ja. Ist ja, genau, der Rote, der Weiße und der Orange. So, gerade mal ein bisschen Inventar freigemacht, ich glaube, ich kann mal ein bisschen helfen. Ich verlocke dich mal zum Eingang. Da, jei. Das ist ja da, wo auch der braune war, zu Anfang. Genau, genau. Das war alles voll mit dem Lehm. Guck mal, hier ist auch brauner. Ja, ja, das ist, das war ja alles komplett, der gesamte ausgehörte Bereich war alles komplett Lehm. Ja, toll, und ich laufe eine Stunde irgendwie durch ein Trommene-Edebillon. Mein Test hat dich lieb. Du musst nur dran glauben. Natürlich. Damit haben wir dann auch genug braunen Tonen, um dann da die Dachumrandung zu machen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Das ist ja schon mal sehr gut. Das ist ja schon mal sehr gut. Jetzt wird es ja so eine Schicht hoch. Können wir gleich mal nicht abbauen. Joa, da hört es dann so ein bisschen auf wieder, ne? Ja, dann hoffen wir hier wieder in, ja eben, so in Strandgebiet kommen. So, gucke ich mal hier hinten, da gibt es ja auch noch so ein bisschen weißes, ob hier noch ein bisschen mehr ist. Lüchte. Lüchte. Ne. Hier ist es jetzt auch. Lütschen, haben wir das Vorkommen auf jeden Fall schon mal abgegraben. So, also von dem Roten habe ich mehr als 200, von dem Grauen habe ich 84 und von dem Orangen habe ich 85. Geht ja auch, das ist ja gut. Ja, so langsam lohnt sich das hier. Scheiße, müssen wir nur gucken, ob wir das hier unten wieder verfüllen oder ob wir das hier einfach so offen lassen. Wo wir die ganzen Fackeln ab, benutzen das hier als Monsterzuchthöhle. Oh Gott. Einfach alle Löcher zumachen und so tun, als wenn nichts wäre. Davon wird nie jemand erfahren. Da ist nicht, da war auch nie was. Irgendjemand hatte hier nämlich schon angefangen mit den Dachumrandungen und das kann man ja weiterführen. Oh. Ja, aber so nicht. Nein. Das war ein Unfall. Ich schmeiß mal meine hin. Sehr gut, danke. Huguen, gucken wir mal, wo ich die anderen Farbigen entpacke. Haben wir dafür schon Kisten? Gebrannten tun hatten wir noch nichts gehabt. Geht schön. Pack ich den mal hier auf, hier vorne, wo das ganze andere Lebenszeugs ist. So. Hast du noch roten Leben? Ja, ja, von roten haben wir en masse, da habe ich hier in der Kiste 218 Stück. So viel brauche ich nun nicht, aber ich schnappe mir mal ein paar. Also, sechs, um genau zu sein. Oh, die sechs, die dürften wir noch zusammenbekommen, glaube ich, gerade so. Ja, es wäre sonst so ein Loch im Dach, das wäre auch irgendwie durch. Hier schön, dann guckt mal, boe ich jetzt mal hier das Dach für unsere, für unsere Lager. So, ich bin jetzt mal hier. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gucken wir mal, wie lange es reicht. So. Habe ich ein Replacement Tool? Ne, ne? Eine Truhe, ein Stock und noch eine Truhe. Interessant. Puh, 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 Puh. 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 Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. das heißt unser haus hat eine grundfläche von mindestens 11 mal ungefähr 20 das heißt mit überhang können wir gut und gerne mit 13 mal 20 rechnen also 260 mal gucken wie weit ich komme ja 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 gucken wie es aussieht wenn das dach fertig ist aber so sieht es gar nicht mal so scheiße aus von der farbkombination her hat was einmal der normale sandstein und amal der wüsten sandstein hier ich muss mal gucken ob ich hier noch mal durchstellen lassen weil damit jetzt erstmal nur gemacht damit ich da dann die anderen blöcke ansetzen kann quasi ja der also noch gar nicht final aber eben kann man gucken ich hoffe erstmal kurz keine folge unterbrechung und schließt bei der gelegenheit des fensters damit die hund hier nicht mehr so rumhundet rumhundet wir haben auf ihre rum zu hünden ich dachte ich dachte so geht dass ein auto out hat ein bär bärt und wieso ne und hund hundet halt natürlich dann jetzt mit meiner super genialen eigenen abmoderation schau mit vogel v ich finde schlecht tschüss